Da sind wir wieder bei Harvest Moon. Gestern haben wir das Blumenfest erlebt. Ja, und jetzt geht's an weitere harte Arbeit. Da sind Vögel. Ja, und ich trage einen Hund. Es ist heute nichts reif. Es ist Mittwoch. Wie viel Geld haben wir denn? 6040. Würde mal sagen... Oh, 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 Framedrop, würde ich sagen. Habe ich gar nicht mitbekommen. So, wir gehen zum Holzfäller. Nein, wir gehen nicht zum Holzfäller. Wir holen uns mehr Geld. Dö vidéos T! Dö dy 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 dy. Warum auch nicht? Also ihr merkt, man kann ja im Spiel schon ordentlich Kohle machen... die bunten jetzt mit dem als fehler ja gibt uns doch endlich das haus aber manchmal ist es ja mit außen wieder reingehen getan und das probieren wir jetzt aus so kommen wir bitte vorbei warum gehen wir wegen der katastrophalen steuerung des xbox gamepads ja oder wir noch ein so werfen die wären auch noch nach hause so jetzt bleiben wir zur gießkanne ah und wisst ihr was obwohl die musik läuft ich spul für euch bis später und wisst ihr was Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, und der nächste Tag geht los. Nam 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 nam. Heute wird das Haus endlich ausgebaut. Sehr schön. Gute Güte, der alte Heger ist in der Höhle eingeschlossen und ich habe mich an wie eine Frau. Okay, zu diesem Zeitpunkt kann ich das noch nicht, aber wir haben erst mal in aller Seelenruhe geerntet. Aber da er sagt, in die Höhle eingeschlossen, so eine ähnliche Quest gibt es genau, so ein ähnliches Herz-Event gibt es auch mit Nina. Herz-Evente, Events, werden immer bei fünf Herzen ausgelöst und man kassiert damit dann das sechste Herz. Die sind optional, aber man kann die auf jeden Fall machen. Aber Hauptsache es wird noch geerntet, denn noch so Herz-Events ist der Tag natürlich direkt vorbei. Wer wollte eigentlich doch kommen, um unser Haus auszubauen? Das hätte man noch beides machen können, oder? Wir bauen das Haus aus, aber der Jäger ist eingegraben. Mach was. Wir können nichts tun. Deshalb kommen wir heute auch wieder nicht zum Gießen. Aber zum Ernten. Denn eher trotz, dass der Jäger da eingeschlossen ist, holt er unsere Waren ab. Donnerstag, 25. Frühling. Ja, ich weiß nicht, soll ich morgen noch aussehen? Ich denke, dass ich es machen werde. Nam nam nam. Dö-dö. Schließe ich mich jetzt, wirklich loszugehen? Achso, weil Mittag war, genau. Mitten am Mittag. Und für dieses Nina Herz Event brauchen wir den Hammer. Und ich glaube, den brauchen wir hier nämlich auch. Der Preis, da kommt er da an. Kann es losgehen? Ja, natürlich, sofort. Hier liegt morgen früh los. Tja, sehr schön. Warum gehe ich da nochmal rein? Ah ja, katastrophale Steuerungen mit dem Xbox Gamepad. Genau, ich kann heute eh nicht gießen. Daher macht das auch nichts. Mach ich morgen dann zu Ende. Wir müssen ihn so bald wie möglich herausholen. Wir kommen nicht voran. Die Höhle ist eingestürzt. Die Drillinger. Hast du einen Hammer? Ja, hab ich sogar dabei. Bitte hilf meinem Großvater. Ja, mach ich. Da ist die Powerbäre. Da bin ich jetzt dran. Jetzt. So. Achtung, Einsturzgefahr. Aber Hauptsache der Jäger, der nie in die Höhle geht, geht da jetzt rein. So, da liegt er. Die Steine müssen wir nicht kaputt machen. Machen wir mal trotzdem. Wir schmeißen Kräuter oben. Die heilen den. Naja, wir hätten ihn nur noch ansprechen müssen. Aber, Gummel, Gummel, ach du bist es. Ich werde langsam wirklich alt. Wenn mir etwas geschieht, musst du dich um meine kleine Ehefahrt gewannen. Ja. Großvater, ich bin so glücklich, dass hier nichts passiert ist. Ich hätte das auch alleine nicht geschafft. Los, Vater, du hast mich fast zu... Da schreckt was in Zukunft besser auf dich auf. Du hast es geschafft, du Teufelskerl. Äh, ja. Das sagt der Holzfäller. Vielen Dank. So. Und auch ich gehe. Da geht ins Bett, gute Nacht. Und da wird halt nicht gespeichert. Nom, 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 nom. Morgen wird es doch nicht unangenehm warm. Und da arbeiten wir auch schon. Die arbeiten ohne Pause. So, und dann ernten wir mal den Rest. So, und dann kann es auch bald losgehen mit dem Sommer, denke ich mal, oder? Da hätten wir ja auch noch ein Feld übrig. Und es wird weiter geerntet. Freitag, 26. Frühling, 2900. Wir haben ordentlich Kohle. Also, 3000 brauchen wir ja für den Sommer. Na, wir brauchen eigentlich viel mehr. Aber wir brauchen schon mal für die Tomaten. 3000. Da war ich was am Erklären. Und dann holen wir uns noch ein paar, äh, meinen Traum. Nein, wir gehen noch Samen holen. So, wie viel kaufen wir denn? Ja, kaufen wir alles? Aha, vier. Fünf. Fünf. So, mhm. Okay. Ja, dann kaufe ich schon mal fürs nächste Jahr. Das, wie ein netter Kollege ausrechnet, an einem Samstag beginnt. Ja, zweihundert kaufen. Liefer sie in meinen Schuppen. Ja, dann holen wir uns noch einen Weintraub, oder? Ja, dann holen wir uns noch einen Weintraub, oder? Nein, was ist denn da los? Den Hammer legen wir wieder zurück. Wir holen uns die Samen. Und sehen. Zwo. Drei. Vier. Und fünf. So, dann würde ich mal sagen, den Rest spule ich. Bis gleich. Oh nein, ich spule gar nicht. Also spule, aber wenn es euch gefallen hat, like, teilen, kommentieren, würde ich mich sehr drüber freuen. Vor allem über die Kommentare. Also, bis dann. Oh nein, ich spule gar nicht mehr. Oh nein, ich spule mir doch mal. Bis zum nächsten 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 Mal.